So, jetzt wird er aufgeladen, geht nach Donahira erstmal in die Garage und von der Garage müssen wir dem LKW-Fahrer sagen, wann er kann. Wahrscheinlich so in einer Woche oder zehn Tagen wird er ihn aufladen und so lange bräuchte er auch noch, bis er unten ist. Ja, so. Galahe, seht ihr mal. Genauso, wie du gesagt hast, du bist ein negativer Mensch. Ich hab dir gesagt, es geht. Hast du gesagt, nein, hast du. Und ich hab gesagt, da kannst du so oft in die Eier drücken, wie du möchtest. Das ist immer die Tatsache. Und ich meine, tut das weh? Ah, tut weh, willst du sagen.